Hier steht er in seiner Pracht. Ich muss immer wieder sagen, er hat schon was. Also er schaut schon richtig geil aus. Aber jetzt gehen wir mal gucken nach innen, wie es da ausschaut, weil da hat sich natürlich einiges getan. So, jetzt schauen wir mal näher. Und ihr seht schon, der hat keine Sitze mehr. Ja, warum? Weil hier haben wir natürlich Vollgas geben. Also hier muss man natürlich alles rausruppen, rausreißen. Der Kundenwunsch ist Autarkie im Fahrzeug. Ja, ich habe dann auch das letzte Mal schon wieder so einen Kommentar gekriegt. Autarkie besteht nicht nur aus Strom, sondern auch aus WC. Ja, natürlich wissen wir auch, T6 hat kein WC. Aber doch ist in der Autarkie ja maßgeblich erstmal der Strom, damit man sich versorgen kann, damit man Licht hat, damit man kochen kann, damit man die Handys laden kann und so weiter und so fort. Dazu kommt noch die Wasserthematik. Und dann geht es ja schon eine ganze Ecke in die Autarkie. Toilette kann man auch die Öffentlichen nutzen. Toilette kann man auch ins Restaurant gehen und kann auch sich andere Möglichkeiten suchen bis hin zum Klappspaden. Also, hier haben wir verbaut, ihr seht es, Lithium-Akkus. Liegend eine 100 Amperestunden Lithium-Akku hier vorne. Dementsprechend natürlich die Verkabelung alles abgeändert, weil hier schaut natürlich alles ein bisschen anders aus. Hier waren natürlich serienmäßig andere Sicherungen verbaut. Hier waren serienmäßig andere Anschlüsse. Wir haben hier einen Busverteiler vorne auf die Batterie gesetzt bzw. hier in die Ecke gesetzt, damit wir eine anständige Verkabelung da reinkriegen und eine anständige Verteilung. Denn hier haben wir die serienmäßige Verteilung. Und jetzt muss ich euch da mal was sagen. Ich meine, das ist, finde ich ja schon wieder grandios, wenn mal eine Sicherung defekt ist. Also, das Ding sitzt ja normal auf der Batterie vor dem Fahrzeug. Also, echt geschickt gemacht. Was ist das? Das ist ein Verteiler. Und jetzt zeige ich euch mal, was das Ding macht. So, jetzt haben wir das ganze Ding einmal aufgemacht. Da drin sind Sicherungen. Natürlich könnte man jetzt sagen, nehmen wir das wieder, machen auf die Batterie, einen Pol drauf, denkste, Pustekuchen. Also, zum einen platztechnisch ein Problem. Und zum zweiten, jetzt guckt man hier mal näher hin, ich zoome da mal ein bisschen ran. Die Sicherungen sind hier genietet. Sprich, mit so einer Spezialwerkzeug hier draufgeklipst. Guckt euch das an. Also, wir haben selbst versucht, mit einem hartnäckigen Schraubenzieher die Sicherung rauszukriegen. Keine Chance. Also, ich frage mich, was sich hier wieder VW gedacht hat, weil letztlich, wenn der Kunde hier mal eine Sicherung tauschen müsste, no way. Keine Chance, geht nicht. Ja, so haben wir gedacht, können wir das natürlich nicht lassen. Also, kurzerhand fliegt das Teil raus. Und wir verbauen hier anständige Sicherungshalter, wo man aufklappen kann, wo man dementsprechend hier seine Sicherungen machen kann. Hier haben wir einen Sicherungshalter, die werden alle ersetzt, die sind alle ersetzt worden. Und dann kann man da anständig wechseln, wenn man mal wechseln muss, macht von die Klappe auf, beziehungsweise kann den Sitz verdrehen, kommt hin und schon kann man hier die Sicherungen wechseln. Natürlich eine Haufen Krimperei, weil alles im Originalzustand nicht mehr passt auf die abgeänderte Batterie. Dann natürlich auch zu beachten, dass die Shunts alle mit integriert sind, weil hier haben wir ja eine Steuerung und hier eine entsprechende Anzeige. Und die soll ja auch funktionieren. Also, somit sind die Shunts natürlich alle mit drin, damit das Thema auch alles funktioniert und läuft. Was haben wir hier noch verbaut? Dann haben wir auf der Seite einen Wechselrichter verbaut. Auch den haben wir hier unten in die Sitzkonsole reingemacht. Dazu haben wir noch dazu einen Ladebooster verbaut. Ladebooster, sprich Rapid. Der sitzt in diese Richtung zu bedienen, weil diese Blende hier kann man unten abklappen. Und dann kann man hier auch auf dem Rapid-Knopf drücken und kann dementsprechend den Rapid betätigen, wenn es denn bei Bedarf ist, wenn er es nicht selbstständig macht und eben die Batterie sauber lädt. Jetzt war das natürlich ein kleiner Act. Ihr könnt es euch vorstellen. Netzumschaltung, Wechselrichter und jetzt müssen hier in dem kleinen Fahrzeug Booster die Kabel alle nach ganz hinten. Warum müssen die nach ganz hinten? Weil man natürlich hier hinten, und da gehen wir jetzt mal hier in die Heckklappe rein. Und dann, weil wir hier den FI sitzen haben, halt, jetzt habe ich einen kleinen Moment, gerade habe ich es noch gehabt, meine Leuchte. So, weil wir hier natürlich die Verkleidung sitzen haben mit dem FI entsprechend und weil hier natürlich dann durch dem FI, wo wir auch LS, den Wechselrichter schützen müssen und hier verbauen müssen, der dann in dieser Verkleidung drin ist und hier hinten natürlich auch montiert ist. Und, dass das natürlich anständig funktioniert, anständig abgesichert ist, muss man hier auch alles aufmachen und die Kabel hier durchziehen. Just muss man natürlich hier in die zweite Batterie, die hier ist, die noch nicht angeklemmt ist. Wir haben erstmal eine angeklemmt. Hier ist die zweite Batterie, die dann noch parallel dazu kommt als Reserve, um, dass das Fahrzeug mit 200 Amperestunden natürlich anständig versorgt ist. Das haben wir hier alles gemacht und dann haben wir uns natürlich auch schon vorbereitet. Drum ist das Dach auch schon ausgeklappt, weil wir natürlich hier noch auf dem Dach viermal 110 Flexi-Module drauf machen. Und die dann hier verkleben und den Solaregler hier noch montieren, um, dass hier in die Akkus natürlich noch richtig Saft und richtig Strom kommt. Also ihr seht schon, hier ist jede Menge zu tun. Das ist mal die elektrische Seite bei dem Fahrzeug. Und auch hier haben wir echt noch was vor uns. Aber wir sind schon ziemlich weit gekommen, weil es ist natürlich echt knifflig bei dem Auto. Es schaut jetzt überhaupt nicht nach viel aus, aber ihr könnt euch nicht vorstellen. Teilweise zu dritt daran gearbeitet. Kabel ziehen, zerlegen. Der eine drückt, der andere zieht. Also das ist echt Horror. Also das ist richtig heftig. Aber ich glaube, der Kunde wird hier richtig glücklich sein, weil da machen wir ein richtig schönes Gerät. Und ich bin mal gespannt, ob es einen zweiten T6 gibt mit so viel Power. Ein 2000er Wechselrichter. Also da drin kann man sich nicht nur das Toastbrot toasten, sondern auch die Haar föhnen. Und ja, das macht schon richtig Spaß. Hier oben haben wir das Display verbaut. Also das schaut auch richtig klasse aus. Passt alles. Also richtig geil. Finde ich richtig cool. Sind wir schon ganz schön weit gekommen. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht. Bleibt auf alle Fall dabei. Ja, jetzt sind wir wieder in einem anderen Fahrzeug, in unserem Eura. Und hier muss ich dazu sagen, das war auch ein Riesen-Act. Der hat hier, ihr seht es, ein Ladebooster bekommen vom WCS. Den haben wir hier eingebaut. Wir mussten hier einiges ändern. Weil, bitte nicht die Elektronik genau anschauen. Wir haben nur verbessert. Wir haben etliches verändert. Aber wir können natürlich nicht alles rausreißen, weil kann ja kein Mensch zahlen. Weil dann fangen wir komplett von vorn an. Weil hier wäre eigentlich noch mehr nötig. Aber jetzt haben wir schon mal so weit alles gemacht, damit man das wieder einigermaßen sehen kann. Der Shunt war schon mal komplett verkehrt angeschlossen. Also, wie ihr seht, hier haben wir einen Messshunt vom Batteriecomputer. Also, der war zwischen Statter und Aufbaupatterie angeschlossen. Also, der hat höchstens die Spannung zwischen den zwei Batterien gemessen. Aber letztlich hat er gar nichts gekonnt. Das haben wir jetzt alles verändert und haben das alles sauber angeschlossen, damit es passt. Ist echt ein schönes Fachwohn. Da hinten haben wir einen Verteiler gesetzt, damit das alles sauber da dran hängt. Damit das alles richtig kann. Die Batterien hier, da musste man neue Verbindungskabel machen. Ihr seht es. Wir haben jetzt da 70 Quadrat genommen, weil vorher waren da 16 Quadrat. Auch das haben wir rausgerissen. Weil so, wie die Batterien angeschlossen haben, konnte das gar nicht richtig funktionieren. Und geht gar nicht. Also, so ein Auto kann ich so nicht rauslassen. Darum musste man das ändern. Weil wir haben hier immerhin einen 1700 Watt Wechselrichter drin hängen. Und da kann ich nicht mit 16 Quadrat zwei Batterien verbinden. Das geht nicht. Also, sorry. Leute, das ist ein absolutes No-Go. Bitte Ströme rechnen, Kabelquerschnitte rechnen. Und dann weiß man, dass das absolut nicht funktioniert. Auch wenn es nur ein kleines Stück Kabel ist. Man baut sich hier lauter Fallen. Das muss anständig sein. Die Fahrzeuge sind laufen, die sonst funktionieren. Und damit können wir das so nicht gewährleisten. Also, dann muss das alles sauber und ordentlich sein. Darum haben wir hier auch wieder neue Brücke reingemacht. Hier werden die ganzen Plusverteiler. Da hinten sind die Minusverteiler. Das geht dann auf den Massepoint. Also, alles neu gemacht, damit das alles sauber passt. Ja, das haben wir hier beim Eura gemacht. Und ein bisschen was kommt hier noch, was wir hier noch machen. Aber dazu hole ich euch dann wieder dabei, wenn es soweit ist. Jetzt schlupfe ich hier mal wieder raus. Oh, Rucks. Schönes Fahrzeug übrigens, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hier oben sehen wir alte Heizung. Da müssen wir nur einen Außentemperaturfühler verbauen. Und ja, dann haben wir das Fahrzeug elektrischerseits schon wieder soweit fertig. Und wie gesagt, bei den anderen Modifikationen, da hole ich euch dann wieder bei, wenn wir hier soweit sind. Einen schönen Integra haben wir hier gemacht. Auch tolles Fahrzeug. Ja, das haben wir alles in der Werkstatt wieder gezeigt. T6, habt ihr gesehen, ging es wieder einen ganzen Schritt weiter. Also, echt eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Also, da geben wir uns auch Mühe. Ist ein Haufen Arbeit. Der Eura, der ist auch noch nebenbei gemacht worden. Also, haben wir jetzt in den letzten zwei Tagen richtig drauf gehabt. Nebenbei haben wir nur draußen stehen mit einem Wasserschaden, wo ein Notfall ist, wo noch reinkam. Und dann haben wir nur auf unserem Stellplatz einstehen, mussten wir auch noch reparieren. Aber wir kriegen das hin. Wir sind guter Dinge. Und da hoffen wir aufs Beste. Einen kleinen Satz möchte ich noch sagen zu meinem letzten Video. Vielen Dank erst einmal für die ganzen Kommentare unter dem Video. Vielen Dank. Es waren wirklich tolle Sachen dabei. Auch Anregungen und auch ein paar Anstöße. Unter anderem habe ich auch einige Kommentare gelesen. Ich hätte öfter den Begriff Garantie und Gewährleistung verwendet. Ja, stimmt. Dazu möchte ich aber sagen, ich weiß sehr wohl, was der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung ist. Gewährleistung ist eine gesetzliche Gegebenheit, die verpflichtend ist bei Ware, die man neu kauft. Und eine Garantie ist eine freiwillige Geschichte, wo der Hersteller hergibt, um schnell und unkompliziert über diese Garantie Dinge abzuwickeln. Ja, diese Garantie kann auch an Bedingungen geknüpft werden. Absolut richtig. Aber dennoch kann auch in der Garantie, die meist um die sechs Monate ist, Gewährleistung gesetzlich zwei Jahre ist, nicht unendlich Bedingungen daran geknüpft werden, dass an dem Auto rein theoretisch nichts verändert werden kann. Nochmal, gesetzlich nicht haltbar. Schon mit etlichen Anwälten darüber gesprochen, wenn ich vorne ein Loch bohre, kann er mir nicht zur Auflage machen, dass wenn es hinten und dicht wird, dadurch die Garantie entfällt. Nein, das geht nicht und dabei bleibe ich und es ist so. Und da kann sich auch jeder gern an uns wenden, beziehungsweise ich kann euch vermitteln, gesetzlich nicht haltbar. Sie versuchen es mit allen Mitteln und Wegen. Mag sein, WCS, der Götz, der das schon um Jahrzehnte länger macht, hat mir da auch beigepflichtet in seinem Video. Und auch er hat mehrmals dieses Thema aufgerollt und hat auch recht. Und auch ich rolle das immer wieder auf, weil fälschlicherweise immer dadurch Kunden verunsichert waren. Und man muss einfach mal logisch überlegen, es würde bedeuten, ich dürfte zum Beispiel, wenn ich ein neues Auto kaufe, keine Hängerkupplung nachrüsten. Weil dann wird ja die Garantie erlöschen. Totaler Quatsch. Also ich kann fachrechtlich oder fachgemäß in einer Fachwerkstatt alles nachrüsten. Überhaupt kein Problem. Für die Nachrüstung hat die Gewährleistung der Händler zu übernehmen, der die Nachrüstung macht. Ganz klar, ganz klar. Aber für das Wohnmobil als solches, an anderen Stellen, wenn da ein Schaden auftritt, die ein Gewährleistungsschaden wäre, hat nach wie vor der Händler, der das Wohnmobil verkauft hat und diese Gewährleistung gibt, hat der Sorge zu tragen. Und in keinem Garantieheft von der Dichtigkeitsprüfung zum Beispiel steht, Sie dürfen keine Solaranlage aufs Dach montieren. Steht da nicht drauf. Also ich habe schon zig Bedingungen gelesen. Also sorry, da sage ich das Gleiche auch wie WCS. Wenn da was drinstehen würde in dieser Art, dann würde ich den Schlüssel auf den Tisch legen, würde sagen, dann unterschreibe ich hier den Kaufvertrag nicht, weil das ist der totale Bullshit. Also es geht nicht. Lasst euch bitte nicht verunsichern. Es ist nicht wahr. Es stimmt nicht. So, Schluss mit dem Thema. Ich muss es bloß immer wieder aufräumen, weil eben einfach immer wieder Verunsicherungen da sind. Verunsicherheiten? Verunsicherungen? Egal. Die Leute verunsichert sind. So ist richtig. Jedenfalls möchte ich das einfach immer mal ab und zu klarstellen, wenn die Resonanzen hier bei uns im Geschäft einfach zu groß waren diesbezüglich, weil ich kriege es ja immer wieder gesagt und stimmt es und ist es und so weiter. Und da möchte ich einfach nur mal kurz aufräumen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wie es da hinten weiterging im T6, einfach gern Daumen hoch. Würde ich mich natürlich riesig freuen, von euch einen Daumen zu bekommen. Auch natürlich freue ich mich immer wieder über reichliche Kommentare. Da bin ich wirklich dankbar drum. Ein bisschen drüber reden, ein bisschen diskutieren. Wenn Fragen sind, fragt mich. Überhaupt kein Thema. Ich freue mich und bleibt so alle gesund. Und wenn es euch wirklich brennend interessiert, natürlich auch gern abonnieren. Würde ich mich auch unheimlich freuen. Das sind alle so kleine Bestätigungen, dass das, was wir hier tun, auch so ein bisschen Anklang findet und wir nicht umsonst das Ganze machen. Da ist ja auch für uns so eine kleine Bestätigung und wichtig. Vielen Dank dafür. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und die Woche geht es dann noch weiter mit dem T6. Bleibt mir alle gesund und wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal.